Hallo und willkommen zu Projekte leicht gemacht. Dies ist jetzt der zweite Teil unserer kleinen Einführung in Pomodoro. Einer effektiven Methode zur Produktivitätssteuerung durch Zeitmanagement. In diesem Teil beantworte ich die typischen Fragen, die uns zu Pomodoro immer wieder gestellt werden. Also, bleiben Sie dran, gleich geht's los. Also, ein kurzer Rückblick. Wie funktioniert die Pomodoro-Methode? Sie planen die Aufgaben und ordnen Ihnen 25 Minuten Abschnitte zu. Die sogenannten Pomodoros. Dann geht's los. 25 Minuten konzentrierte Arbeit, dann 5 Minuten Pause. Eine echte Pause. Da werden keine Kleinigkeiten erledigt. Und dann wieder 25 Minuten Arbeit und wieder 5 Minuten Pause. Nach vier solcher Pomodoros, dann gibt's eine längere Pause. Das Wichtigste daran ist die Konzentration auf wirklich nur das eine Thema in den 25 Minuten. Und, dass die Pause danach eine echte Pause ist. Also im Grunde ein ganz, ganz einfaches Verfahren. 25, 5 und das immer wieder. Trotzdem wirft das im Alltag natürlich so einige Fragen auf. Ein paar davon will ich hier jetzt mal beantworten. Ich habe eine große Aufgabe, die länger als 25 Minuten dauert. Wie gehe ich damit um? Na, das ist einfach. Die verteilen Sie einfach auf mehrere Pomodoros. Ich habe eine kleine Aufgabe, die maximal 5 Minuten dauert. Wann erledige ich die? Okay, hier nicht einen fatalen Fehler machen. Verlängern Sie diese Aufgabe nicht künstlich auf 25 Minuten. Das ist nicht das Ziel. Bauen Sie stattdessen einfach einen Pomodoro, in dem mehrere solcher Kleinigkeiten abgearbeitet werden. Tagplanen und E-Mails beantworten. Ein Pomodoro. Ich muss schnell eine dringende E-Mail beantworten, die in keinen Pomodoro-Zeitraum fällt. Wenn ich das Konzept streng durchziehe, würde diese E-Mail ja liegen bleiben, oder? Wenn die E-Mail wirklich so dringend ist, dann muss sie natürlich beantwortet werden. Bevor die Welt untergeht, darf man das System ruhig auch mal sprengen. Wichtig nur, innerhalb der begonnenen 25 Arbeitsminuten wird das nicht gemacht. Da ist das E-Mail-Programm eh aus. Da sehen Sie diese E-Mail gar nicht, die Sie beantworten müssen. Aber eine Pause kann man natürlich auch mal aufschieben. Oder auch ein ganzes Pomodoro komplett ausfallen lassen. Und später eventuell nachholen. Die Technik ist doch komplett unrealistisch. Wer hat schon einen ganzen Tag ablenkungsfreie Zeit zur Verfügung? Na, das hätte ich auch gern zur Verfügung, so einen Tag. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Schaffen Sie sich Pomodoro-Freiräume. Einen Nachmittag pro Woche. Oder jeden Tag die ersten zwei Stunden. Besonders bei Frühaufstehern ist das sehr beliebt. Da haben Sie Ruhe und Zeit. Ich merke, dass ich öfter faulenze, wenn ich eine Aufgabe beendet habe, die 25 Minuten aber noch nicht vorbei sind. Führt das nicht dazu, dass ich weniger schaffe? Ja, wenn Sie das so machen, wenn Sie so faulenzen, dann schaffen Sie wirklich weniger. Da ist was dran. Also, Däumchen drehen, weil man fertig ist, das ist nicht erlaubt. Sie suchen sich dann einfach noch eine Kleinigkeit, die Sie erledigen können. Oder im schlimmsten Fall ziehen Sie die Pause vor und beginnen Sie nach früher mit dem nächsten Pomodoro. Wenn ich gerade mitten im Satz bin und der Wecker klingelt, muss ich dann wirklich aufhören? Auch hier, übertreiben Sie es nicht. Mitten im komplizierten Satz, mitten im kreativen Gedanken, den bringen Sie natürlich zu Ende. Ein, zwei Minuten länger sind kein Problem. Bevor Sie den Faden verlieren, machen Sie das. So, ich hoffe, die Antworten helfen auch Ihnen beim praktischen Umgang mit Pomodoro. Probieren Sie die Methode einfach mal aus. Passen Sie sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse an. Schreiben Sie uns gern zu Ihren Erfahrungen. Wir sind immer wieder neugierig. Unter dem Video gibt es dann, wie immer, Links zu unseren Artikeln, zur Methode. Da haben wir dann auch einige Tools und Apps zur Pomodoro-Technik aufgelistet. Und ganz zum Schluss, wie immer, hat Ihnen das Video gefallen? Dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Abonnieren Sie unseren Kanal. Wir sehen uns wieder. Bleiben Sie dran. basketball Joursein Nummer 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 Pun